Sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Sie steht mir bei jeder neuen Herausforderung zur Seite. Sie lässt mich nie im Stich. Sie hilft mir, richtig was zu bewegen. Ich vertraue ihr voll und ganz, denn sie ist immer für mich da und gibt mir Halt. Und das Beste daran? Ihre Schwester ist noch zu haben. Wir von der Firma Landschaftsbau Dedelo GmbH haben den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Durch unsere langjährige Erfahrung im Garten- und Landschaftsbaubereich sind wir das Team, welches sich auf die Herstellung und Pflege von Außenanlagen spezialisiert hat und gehören zu den besten Baufirmen an der Mecklenburgischen Seenplatte. Ob mit Barbie, Kathi oder Gina, bei uns bekommst du abwechslungsreiche Bauprojekte, moderne Maschinen, Aufstiegschancen und genieß dabei unser vollstes Vertrauen. Wir legen besondere Wert auf die Fort- und Weiterbildung aller unserer Mitarbeiter, sodass wir unsere Kunden begeistern. Die Medis sind nicht so dein Ding? Kein Problem! Roland und Kurt sind auch noch zu haben. Damit dir Chemie passt und ihr euch gut versteht, solltest du etwas mitbringen. Du solltest teamfähig sein, einen Führerschein besitzen und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Garten- und Landschaftsbau haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir unsere Jungs und Medis zu bewegen. Komm in das beste Team der Welt!